Mein dreijähriger Sohn ist ein kleiner Naturliebhaber und ein Vollprofi, wenn es ums Malen geht. Also wollte er voller Motivation diesen Schwan malen. Wir hatten nur wenig Zeit, weil die Sonne schon unterging. Aber ihm war das natürlich egal, er wollte sofort loslegen. Voller Motivation und voller Freude hat er losgelegt. Er hat den Hintergrund mit Blau gemalt. Das sah wirklich cool aus mit dem Wasser und Himmel. Und er hat voller Motivation einen Pinselstrich nach den anderen gemacht. Und boah, hat er sich gefreut, als er wieder den Schwan entdeckt hat. Da war er aber dann voll inspiriert und hat angefangen, das Gesicht zu zeichnen. Und zwischendurch wollte er sich natürlich seine Kinderbücher anschauen. Und dann wie ein kleiner Vollprofi hat er angefangen, das Ganze auszumalen. Und dann hat er was anderes entdeckt und zwar der Papa. Der hat eine fette Umarmung gekriegt. Und dann war er ja wieder voll motiviert mit seinem Bild. Das ging Rakizaki, ein Pinselstrich nach den anderen. Er hat dann noch sein Bild unterschrieben und boah, hat er sich gefreut. Und das Bild ist zwar abstrakt, aber ich gebe ihn auf jeden Fall.